Kaum zu überwinden, warum sich dir zum Top-Einkauf entwickelt. Die FC Bayern München hatte in den letzten Jahren in der Wintertransferperiode immer eine schwierige Zeit. Dank der Leistung von Erik D hat der deutsche Rekordmeister den Jackpot geknackt. Die Trends gehen für ihn in die richtige Richtung. Die überzeugte gegen Lazio Es war ein Zeichen, als im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Lazio Rom plötzlich Erik D in der Innenverteidigung des FC Bayern München anstelle von Kimi Nici spielte. Und der 30-jährige Verteidiger, dessen feste Verpflichtung bereits bekannt gegeben wurde, wusste beim 3-0 Erfolg in seiner gesamten Routine zu überzeugen. Daher hetzt nicht in jedem Zweikampf, er spielt intelligent und mit guter Übersicht. Gegen Lazio hatte er 95 Ballkontakte und 85 seiner 89 Pässe landeten bei seinen Mitspielern. Nachdem er bei Tottenham Hotspur auf der Bank saß, war sein Mangel an Spielpraxis nie spürbar. Gegner zeigen ihre Reißzene in der Abwehr der Bayern. Die Briten sind ein Ruhepul in einem derzeit recht rennstabilen Gefüge. Stark, von allen Verteidigern, die mindestens 500 Minuten auf dem Platz standen, ist er der einzige Spieler in der Bundesliga. Im Schnitt schafft er 80 Ballkontakte pro Spiel und hat eine Passgenauigkeit von 90,4 Prozent, der nicht von einem Gegenspiele gedribbelt wurde. Da Kim Jong-Yang am Asien Cup teilnahm, wurden Verstärkungen in der Abwehr benötigt. Lob Tuchel nach seinem Debütis wurde in Daia entdeckt. Nach seinem 45-minütigen Debüt gegen Union Berlin sagte Trainer Thomas Tuchel, man konnte seine Präsenz, sein Selbstvertrauen, seine Erfahrung sehen. In manchen Zweikampfsituationen hat es ihm etwas an Rhythmus und Timing gefehlt. Lobte er. Aber der Einsatz zahlt sich jetzt schon aus. Tatsächlich entwickelt sich Free Agent D zu einem echten Top-0-Zugang. Ob Tuchel aber auch in der nächsten Runde gegen andere Top-Tims spielen kann, bleibt abzuwarten. Spieler aus Madrid, Paris und Manchester werden weiterhin auf ihn vertrauen.